Boah, Alter. Haben sie die Lichter an? Hast du das noch stehen gelassen? Nein! Warum ist die Kamera auf dem Statin? Und warum ist Erkan unter der Kamera? Wieso verstecken sich alle? Warte, das ist ein Zeichen. Wir müssen ein Video drehen. Ein Video drehen, Habe. Aber was für ein Video, Habe? Überleg, warte, überleg! Etwas Neues. Etwas ganz Neues. Etwas Innovatives. Etwas Ultimatives. Was für ein NIE kam? NIE! NIE! Was Habe? Erzähl es uns! Ein Snapchat-Effoner! Oh mein Gott! Hauptschule! 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 666 an der Tafel! Steht 1 plus 1, was kommt raus? 666 im Scheißhaus! So Leute, kommen wir jetzt zur ersten Frage. Black Rose, erster Läger in der Beschreibung, Leute. Alle abonnieren. Was würdest du machen? Einen Monat auf dein Handy verzichten? Oder ein Monat auf dein Auto? Ein Monat auf Auto verzichten. Nee, mach mal Handy. Nein, Auto. Digga, mit Auto kommst du nirgends hin. Ja, du hast Bus und Bahn? Digga. Auto, Auto. Ich hab Fahrer. Oh! Doch! Nein, das Ding ist, als Fahrer haben wir auch zum Beispiel Ali oder sowas, deswegen... Jaaaa! Warum filmst du deine Beinhaare? Warum filmst du deine Beinhaare, Bruder? Jaaaaajaa! Jaaaaajaaa! Jaaaaajaa! Der erste Mal auf dein Trikot, Digga! Stimmt's! Was ist das für ein Land? Kennt ihr doch früher diese Torgo-Fußball-Club? Das lädt überall, aber ich kann keins öffnen, weil Michel mir keinen Hotspot gibt. Warum Michel? Oh, der arme Michel. Man, wir haben doch kein WLAN. Wegen wem? Wegen Hubble. Aber wegen mir, du hast den Zettel nicht auf. Hä, doch? Also Leute, ich möchte mal das erklären. Okay, reicht jetzt doch. Ich hab 16 Prozent. Er hier hat unbegrenztes LTE. Das Ding ist, er gibt mir keinen Hotspot mehr, das riecht die Sau auf mich. Weil sein Handy irgendwie kaputt gegangen ist wegen seinem Hotspot, was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist kaputt. Was sagen sie dazu? Das sag ich auch so. Kann jemand morgen mit schwimmen? Keiner hat Bock zu schwimmen, Ali. Geh rein. Hamel, aus welchen Land kommst du? Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ich hör, ich hab auch sieben. So viel hab ich getrieben. Und meine Kinder sind in Indien geblieben. Arbeitsamt. Wie viel wiegt eigentlich dieser Joni? Wie viel wiegt Joni, Jungs? 15. 15. 16. So passt. Um den Dreh. In oder in der Mitte. Dein Herz ist im Sturm stehen geblieben nach dem Prank von Ali. Bruder, ehrlich, ich sag keine erste Frage an dich, okay? Ja. Ich ruf dich an, ich sag, ich hab einen Unfall gemacht. Ja. Ich glaub, dass du fragst, Bruder, ist dir was passiert? Nein! Nein! Sag das mal! Nein! 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 Erstens, wenn jemand einen Unfall baut und wichtig ist, mich anzurufen und zu sagen, das Auto ist kaputt. Schau mal mein Leckerarm, schau mal sein. Schau mal mein Bein war ab! Schau mal mein Bein war ab! Dann kann ich so damit rechnen, dass es ihm gut geht! Nein! Nein! Schau mal mein Bein ab! Ja, okay, ich hab Hanno gesagt, er sagt direkt, ey, ich hab dein Autos geschwattet. Ja, wie soll ich doch... Hätt ich Freunden nicht mit angeben. Hab ich so keine. Was? Warte, 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 ich will das nochmal kurz sich da rollen. Also, boah, hätt ich eine Freundin, würde ich mich damit angeben. Auf einmal wicke ich mich hier. Oh, ich hab keine. Und so was bekommt man Aggression. Bitte film nur ihn, film nur ihn, der will sich kaputt haben. Leute, wir nehmen zu Hause. Ey, 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 Nathan, wenn du sterben würdest, was wäre das Letzte, was du sagen würdest? Nein, 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 groß. Erster Ding geht an den Stern. Deutschland gut, Merkel gut, SKK Video gut. Ja, genau, jetzt. Also, das ist wirklich eine sehr gute Frage, Leute. Ich zeig mich mal ganz kurz, wie die Haare jetzt unterdings aussehen. Also, Leute, was sagt ihr? Soll ich mir die Haare heller machen, ja oder nein? Schreibt's in die Kommentare. Ey, kommt jemand morgen mit in den Schwimmbad? Junge, immer noch nicht. Mann, Mann. Ich wollte schon deine Gäste haben, Digger. Guck, ich hab schon meine Barlose angezogen. Penis. Warum sagst du jetzt Penis? Mann, ich hab eine Reihe aufgenommen gemacht. Digger, ich steig dir mal vor. Erste, um die Kurze zu stellen. Ich wollte, Leute, dieses, wenn wir ja mit zwei Kameras aufnehmen, müssen wir ja immer mit in die Kurze stellen. Dann sagen wir einfach immer Penis, so von Anfang an schon. Ich hab so, Eti, 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 zwei, Sat, eins, Penis. Okay, wir nehmen jetzt Beutel 54. Boah, warte, ich hab jedes Wort verstanden. Da steht Peti, leider ist Beutel. Letzten war doch was, der war mit der Schläger rein. Digger wollte ich schlagen, weißt du ja, ich bin leidig. Einen Fledermaus. Ey, Leute, kommt morgen jemand mit Schuhen? Nein! Das müssen wir wiederholen. Guck mal, ich kenn dich, Digger, den hat voll die schönen Augen. Boah, Digger, ich schwitze richtig. Hey, komm. Kommt jemand mit morgen Schwimmbad? Nein, Adi tut er an. Dieser Typ wird uns hassen. Ey, komm hier. Komm hier, der hat die Motelagentur. Denkt ihr, ihr macht noch Lamy, YouTube? Also Leute, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wir machen das echt so lange, bis wir einfach Bock haben. Also, ich hab keinen Bock mehr. Das war eine schöne Zeit. Ich brauch's. Adi, Adi, du bist jetzt... Ey, meine Mutter hat mir grad einen Witz erzählt. Was ist denn ein Witz? Ich soll morgen um 8 Uhr zum Arzt. Ja. Jetzt will ich zurückbringen. Leute, wartet einfach ab. Ey, willst du ihn nicht schaffen? Ich krieg ihn noch. Das Ding ist, Habe kauft sich ein Licht, aber mir nicht. Nein, nein, warte, Leute. Nein, 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 warum kaufst du dir? Bedeinst du mal ein Licht, aber meinst du mal kaufst du ein Licht? Das Ding ist, Leute, der Typ, dieser Typ, er kann sich nicht entscheiden. Dieser Typ? Ich weiß selber nicht, was er will. Genau. Er hat seine ganze Wand tapeziert. Alles. Und am Ende? Am Ende. Alles abgemacht und eine andere Tapete gemacht. Okay, genau das ist es. Also, was für eine Lampe soll ich... Also, das halte ich für ein Gerücht. Deswegen habe ich mir ein Licht geholt, weil er war weg, er war im Urlaub. Und ich wusste nicht, was er für ein Licht haben will. Und am Ende gepellt es ihm nicht. Und dann musst du mich wieder zurückbringen. Und den ganzen krank riesen Lachen. Ja, du hast dir echt eine richtig gute Ausrede einfallen lassen. Das ist Real Talk. Korrekt. Das ist Real Talk. So, Leute, das war es auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und, Leute, bitte nimmt es nicht zu ernst, wenn wir ab und zu mal lachen oder so. Also, Leute, wir wollen wirklich gar keinen angreifen. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall Erkerns Kanal ab. Erster Link in der Beschreibung. Und checkt unsere Black Bros ab. Zweiter Link in der Beschreibung. Ansonsten, Freunde... Ansonsten, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video direkt morgens schon. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao.